Ich habe 25 Euro für eine Tasse ausgegeben. Taman ist aus Japan importiert. Zweimal Spülmaschine ist kaputt. Der Tag an dieser 5M-Server down sind, das ist, glaube ich, der Tag, an dem ich mich am meisten freuen werde. Will, ist das Podcast oder Deutsch und da habe ich so viele neue Wörter. Attack on Titans hat mich Todes abgefuckt. Naruto Todes abgefuckt. Tokyo Revengers. Ich will niemanden spoilern. Ich will nie wieder was damit zu tun haben. For real jetzt. Nie wieder. Ich habe gedacht, das wird das Meister Werk unseres Zeitalters. Diese Scheiße. Bei Tokyo Revengers, ich dachte, das ist mein Dings. Ich heirate das. Juicy. Full HD ist juicy. Ich sage euch, wie es ist. Diese Kamera, top. So, in diesem Sinne, Chat, wir machen diese Podcast wieder clean. Folge Nummer 20 und an der Stelle herzlich willkommen zu einer neuen Folge nur auf Kampf Podcast. Heute mit dem ehrenvollen Gast, der uns zum zweiten Mal heute die Ehre erweist, nämlich die Projektleitung von Hope V, Corleone, was gibt es noch? Hope V, Crime Live, Hope V2, Gangland. Hast du auch eine eigene Zoo wie Kalito? Hast du noch irgendwelche anderen Projekte außerhalb so? Was gibt es noch? Nein, nein. Ich bin zu frei. Okay, gut. Sehr gut. An der Stelle herzlich willkommen, Whisky bei Bruder. Vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast für diesen Talk. Wir werden heute über einige interessante Themen reden, über viel Spektakuläres. Wir werden heute auch das Herz auf der Zunge haben. Wenn du was sagen willst, sag. So. Es hat Kalito, Kalito hat sich auch nicht geschämt. Ich habe mich auch nicht geschämt. Es geht inzwischen, wir sind so in dieser Phase angekommen, wo es darum geht, einfach mal ehrlich zu sein. Einfach mal ehrlich zu sein. Wichtig und richtig. Ich habe ja das Gefühl gehabt, dass in den letzten Jahren hat sich jeder irgendwie verbogen und niemand hat sein wahres Gesicht im Internet gezeigt, weil man Angst hatte, irgendwie im schlechten Licht dazustehen und man muss sich vor seine eigene Meinung schämen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo einfach jeder das sagt, was er auf der Zunge hat. Ist das richtig oder falsch? Ich finde das richtig. Ähm, die Sache ist aber auch gleichzeitig, dass man dadurch sehr, sehr viele Reibungspunkte sich ergeben und dementsprechend auch viele Konflikte. Und eigentlich wollen wir uns davon Konflikten fernhalten. Oder nicht? Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde, einen Konflikt sollte man eher lösen, als davon zu laufen. Weil wenn ich jetzt eine andere Meinung habe als du, dann sollte ich das auch so sagen und nicht Angst haben, dass wir uns beide in einem Streit auseinander gehen, weil diesen Streit, den wir dann eventuell haben durch diese Meinungsverschiedenheit, können wir so lange ausdiskutieren, bis wir beide unsere Gegenseite verstehen und vielleicht auch beide diese Meinung, die wir vorher hatten, in einem komplett anderen Licht sehen. Also ich finde, Kommunikation ist the key. Das ja, das sagen wir, aber bring das mal einem Haufen von Leuten bei, die in erster Linie nur an sich selber denken. Also ich sag mal so, übertragen wir das mal jetzt auf das, worauf wir uns jetzt beziehen. Ich meine, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit RP. Twitch ist auch eine Sache, die sehr, sehr viel dazugekommen ist, die uns auf einer täglichen Basis beschäftigt. Und gleichzeitig aber auch, ich glaube, die erste Frage, die ich dir eigentlich so wirklich stellen wollte, ist, im Verhältnis zum letzten Talk, den wir hatten, der war vor einem, lass mich nicht lügen, zwei Monaten. Ja, so um den Dreh, ne? Wie nimmst du die Lage jetzt auf? Wie ist dein Gefühl aktuell? In Sachen RP? Ja, allgemein, RP, Twitch, Business, so. Was hat sich so in den letzten Monaten ergeben? Was hat sich verändert? Wie fühlst du dich dabei? Also, ich sage dir ehrlich, es ist immer noch eigentlich wie auch beim letzten Podcast auch. Also, es sind immer noch dieselben Diskussionsthemen. Es ist, es hat sich nicht viel verändert. Okay. Es ist eigentlich Daily Business. Würdest du sagen, wir haben Lösungen gefunden im Laufe der Zeit für einige Sachen? Ja, was heißt wir? Also, ähm, nein. Nein, es ist eigentlich, sind wir in derselben Ausgangslage wie vorher auch. Also, wir haben ja jetzt, beziehungsweise ich habe gestern, äh, ja, um 10 Uhr in der Früh neue Routen released und hin und her. Okay. Jetzt, Hope V spezifisch, ähm, was wieder ein bisschen neuen Wind in dieser Crime-Szene gebracht hat, auf Hope V jetzt speziell. Mhm. Ähm, aber so im allgemeinen RP ist es immer dasselbe. Leute können nicht verlieren, kommen in den Support, dann wird es im Support geklärt. Hepapo. Also, ich, ich glaube, es ist immer, RP wird sich nie ändern. RP hat immer so seine Schiene. Nur als Spieler oder als Leitung eines Servers kann man einfach nur die Richtung vorgeben, inwiefern das ausatmen kann. Will man es, lässt man es übertreiben und jeder wird OOC-Met und jeder hasst sich. Oder versucht man das irgendwie einzudämmen und es hat eine gute Linie, dass jeder auf dem Server spielen kann oder RP machen kann, ohne dass es ausartet. Aber ich glaube, vom Prinzip her bleibt RP immer dasselbe. Und ich glaube, diese Support-Fälle und dieser OOC-Kram, das gehört eigentlich auch schon zu RP. Soll ich dir ehrlich sagen? Ich denke genauso. Ich verstehe eine Sache nicht. Draußen suchen wir immer irgendeinen. Also, es wird immer oft darüber diskutiert, was scheiße läuft. Und was können wir daran ändern? Wie bringen wir diese Toxic raus? Und hast du nicht gesehen? Und ich denke mir jedes Mal aufs Neue und so, Bruder, wie lange spielst du RP? Seitdem es RP gibt, ist das schon so gewesen. Niemand hat eine Lösung dafür gefunden, weil es keine Lösung geben wird. Die Leute denken immer an sich selber. Die Leute denken immer, ey, was der gemacht hat, ist scheiße, ich akzeptiere das nicht und gut ist. Und ich habe die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das ist halt wie, keine Ahnung, in Deutschland. Wenn dich jemand beleidigt, gibt es halt zwei Alternativen. Ich zeige ihn an oder ich gehe Richtung Selbstjustiz, wovon wir uns natürlich distanzieren. Aber die meisten Leute zeigen dann einfach an und nutzen dann ihr Recht. Und das ist genau das Gleiche hier auch. Dieses OOC und hast du nicht gesehen, das wirst du nie aus den Leuten rausbekommen. Weil ich glaube, RP ist halt nochmal eine ganz andere Schiene als andere Spiele. Ja, 100 Prozent. Einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Wenn wir jetzt einen Vergleich ziehen mit Call of Duty, da kann man Dropshotten, da kann man Jumpshotten, da kann man campen. Aber das ist alles im Spiel implementiert und man weiß, dass es passiert. Ja. Aber theoretisch kannst du in GTA VDM'en und theoretisch kannst du in GTA RDM begehen. Aber im RP kannst du es halt nicht machen. Und weil es aber Leute machen können, sie es aber nicht machen sollen, kommt es dann zu Reibungspunkten, weil nicht jeder quasi dasselbe Verständnis dafür hat, wie, wann, was gemacht werden sollte. Und deswegen wird es immer Diskussionen geben. Nee, das hat mir nicht gepasst. Und wieso ist das und so und so? Da werden von anderen Leuten die Regeln so und so aufgefasst. Von den anderen wird das so und so bespielt. Also, ich kann mir keinen Server vorstellen, wo es nicht so ist. Ja, ich habe es auch noch nie gesehen. Das ist auf Corleone auch nicht anders. Also, auf Corleone bekriegen sich die Leute auch OOC, aber nur wir dämmen dieses OOC bis ins Maximum ein. Und natürlich ist das öffentliche Interesse jetzt an diesen OOC-Beefs nicht so gewaltig, wie unsere OOC-Beefs auf... Bei uns ist das ja schon wieder Content. Bei uns ist es ja eine Sparte, die Richtung Content geht. Aber ich habe mal so... In den letzten Monaten, wo ich etwas inaktiver war, okay, habe ich immer noch beobachtet. Und einfach mir mal so ein bisschen so meinen Teil immer daraus gedacht. Und ich habe festgestellt, dass es teilweise Leute gibt, deren Spielzeit und deren Zeit im Support sind äquivalent zueinander. So. Ich sehe manchmal Leute wirklich on Stream, die schreiben, ich bin im Support-Gespräch. Also ganz fett steht das da. Und dann siehst du da, wie er da gestikuliert und irgendwelche Mimiken von sich gibt. In den meisten Fällen sehr negativ. Und das ist irgendwie gang und gäbe geworden. Oder Stöpsel-RP. Weil damit nicht gemeterd wird. Das ist halt... Ich glaube, all diese Dinge werden wir nicht los. Und wir müssen einfach nur noch... Also wir haben es nur noch zu akzeptieren. Ich verstehe auch diese ganzen Talks nicht darüber, wie wir über Lösungen und solche Sachen finden. Ich weiß, ich verstehe diese Leute nicht, ob die das wirklich ernst meinen. Welche Lösung willst du finden? Du kannst nicht Verantwortung für so viele Individuen übernehmen. So. Niemand wird mit dem gleichen Kopf daran gehen. Ja, ich glaube, die Leute denken ja auch nicht so, wie wir das sehen. Du hast ja extrem viel Erfahrung schon in dieser RP-Welt. Ich habe jeden Support-Fall, den es auf 5M jemals geben kann, irgendwo schon mal irgendwo miterlebt oder gesehen. Wir sehen ja diese ganze RP-Welt ein bisschen anders. Wir wissen, dass man das nicht komplett rausbekommen kann. Aber es gibt halt Leute, und das sind eben dann die Zwölfer, die die Tafelrunden machen, die dann denken, ja nee, es ist möglich, weil bei mir ist es möglich. Und die tun dann von sich selber auf andere schließen. Das kann man aber nicht. Findest du, die Tafelrunden sind gut oder schlecht? Also am Anfang war es eine Katastrophe. Ja. Am Anfang war es echt, also ob die sich jetzt auf den Discord getroffen hätten und die hätten alle OOC geredet, dann hätte sich wenigstens niemand beleidigt. Oder ob die sich da IC treffen. Ah, seid ihr da nicht so sicher, Bruder. Inzwischen, da sind schon Suppen am Kochen, Bruder. Von denen haben wir selber noch nichts mitbekommen. Ja, weiß ich. Also vor allem am Anfang glaube ich nicht, dass die sich OOC beleidigt hätten, weißt du. Am Anfang nicht. Da ist immer alles bürokratisch. Aber IC haben die sich aber beleidigt. Ja. Weil, weil, die haben sich, also die Leute suchen sich sehr aus. Wenn sie beleidigen, sind sie IC. Mhm. Aber wenn sie einen Vorschlag machen, sind sie OOC. Weißt du, ähm, die, diese, diese Tafelrunden werden halt auch gut ausgenutzt, immer für das eigene Interesse. Und, ähm, am Anfang fand ich es echt eine Katastrophe. Die letzten zwei Tafelrunden fand ich aber gut. Vor allem die, die Schabern gemacht hat. Mhm. Bei euch, da warst du doch dabei. Ja, ich war da kurzzeitig dabei, ja. Ja, also die war wirklich... Wo ich das Handy gesehen hab, in der Luft, Bruder. Da warst du anscheinend da. Ja, ja, ich war auch dabei. Ich hab ja mein Bingo gemacht, ne? Äh, Ey, ich hab nur ein Screenshot bekommen von einem aus der Community. Ich seh so dieses Bingo. Und ich denk mir so, okay, ich mach das jetzt auch. Und hab ich so gesagt, ey, soll mal bitte einer schreien, dann hab ich schon mal ein Grund jetzt. Ich versuch ja auch mit diesem Bingo ein bisschen diese Ernsthaftigkeit daraus zu nehmen. Aber, die war gut, bis auf die Geschichte mit Mandela und Abu Goku. Aber, das ist ja, so eine Fede zwischen den beiden. Aber ansonsten war, das ist eine gute Sache. Also, jeder weiß, dass es eine OOC-Runde ist. Jeder soll IC erzählen, was ihm am Server stört, mäßig. Äh, und dann wird das quasi vom Team off, äh, gearbeitet. Mhm. Also, ist schon mittlerweile eine gute Sache. Am Anfang, aber vor allem, weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir diese Tafelrunde hatten, äh, vor dem Vibe. Ja. Katastrophe. Also, ich fand bis jetzt alle Tafelrunden Katastrophe, bis auf die jetzt mit Schabbern, wo der Vorschlag kam. Also, wir haben wieder diesen Vorschlag hochgeholt, den damals Pasha gemacht hat. Mit den Routen. So. Das wird aber jetzt trotzdem nicht umgesetzt, ne? Du hast das jetzt, ja, ihr habt das jetzt anders umgesetzt. Ihr habt ja nochmal zusätzliche Routen hinzugefügt. Ja, richtig. Also, es ist ja so gewesen, dass nach dem Vibe wieder mal das Ego des Spieler, äh, überhand genommen hat und wieder mal einen Vibe kaputt gemacht haben, weil die ja dann plötzlich, ähm, mit 100.000 Leuten auf die Routen gegangen sind, ihre Lager vollgemacht haben und plötzlich, äh, hatte jeder wieder alles. Ja. Und, also nach dem Vibe war vor dem Vibe, so mäßig. Das Einzige, was interessant geblieben ist, war, äh, die Waffenroute. Mhm. Weil, das hat ja länger gedauert zum Herstellen und die OGs haben das auch sehr, sehr, sehr gut zugemacht. Die haben ja keine Waffen hergegeben oder weitergegeben und, äh, da hat man dann gemerkt, diese, die Spannung, diese Elektrizität, die bei der Waffenroute war, weil da ging's dann wirklich darum, wie bekomm ich jetzt Waffen? Was mach ich, um diese Waffen zu bekommen? Bei den Drogen war die Luft ja schnell raus. Mhm. Und, äh, dann hab ich mit Zergen und, äh, später dann ist auch Rommel dazugekommen, dann haben wir ein bisschen miteinander gesprochen und ich denk die ganze Zeit nach, was mach ich, was mach ich, was mach ich. Eigentlich, die einzige Möglichkeit ist es jetzt, ein Vibe der Drogen zu machen, aber das können wir nicht machen, weil ich hasse Vibes auch so persönlich, aus Prinzip. Ähm. Ich find das auch nicht so cool. Das ist uncool einfach, dieses, äh, ein Vibe ist für mich, der Server hat versagt. Und ich will nicht, ich will nicht zu euch kommen und dann sagen, ähm, ja, hallo Kanon, leider haben wir Scheiße gemacht, es hat nicht so Bock gemacht, äh, wir kaufen euch die Drogen auf oder bitte, äh, schmeiß die alle weg. Mhm. Für mich ist das Versagen von unserer Seite. Mhm. Und dann hab ich die ganze Zeit überlegt, nee, 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 das können wir nicht so machen, können wir nicht so machen. Dann hab ich auch immer wieder gesagt, eigentlich ist die einzige Möglichkeit ein Vibe. Mhm. Und dann kam mir dieses Jimmy Neutron Gedankenblitz, ähm, aber warte mal, was ist, wenn ich denen einfach die Effekte wegnehme, Mhm. Weil die brauchen wir sowieso für den Camper, das heißt, die Drogen werden sowieso nicht nutzlos bleiben. Mhm. Die können damit sowieso noch ihr Geld machen. Mhm. Und wir machen einfach eine neue Route rein, dann machen wir ein Cap in den Fracklagern, dann machen wir eine Feldtasche rein, damit du nur mit der Tasche das tragen kannst, damit die Zivilisten nicht für dich einlagern können. Plus, wenn die Zivilisten das für dich ins Auto einlagern wollen, dann können sie es nur im Sandking XL, was 50 Platz hat, und jeder kann nur einen davon besitzen. Also, damit hab ich da wirklich jede Lücke zugemacht, und ich hoffe, ich hoffe, dass ich jede Lücke zugemacht habe, und dass diese drei Routen, äh, wirklich für Langzeitmotivation sorgen werden. Guck mal, das Ding ist, am Anfang haben das viele negativ aufgenommen, aber, das ist so ein typisches Beispiel für ein Menschen, Menschen hassen Veränderung. So, Menschen mögen Veränderung nicht. Ich denke, meinst du, wurde negativ aufgenommen? Im Sinne von so, Cap von den Drogen, ja, das sei jetzt nochmal mal. Herrlich, ich hatte nur gutes eigentlich, nur gutes Feedback am Anfang. Äh, sehr, sehr wahrscheinlich hattest du gutes Feedback, weil das wahrscheinlich Leute waren, die reflektiert über die Sache nachgedacht haben. Ich finde, die Idee ist eigentlich auch gut, weil dadurch, dadurch hast du im Endeffekt auch wieder neue Anlaufstationen für Zivilisten, für Fraktionen und so weiter gemacht, ja, und du hast einmal die Drogen, die dir Geld reinbringen in dem Spiel, und gleichzeitig aber auch Drogen, die Sinn und Zweck haben, ja, die Sinn und Zweck erfüllen. Und ich finde das auch gut, nur es gibt halt immer Leute, oder die mögen das nicht, wenn es halt sich was verändert. Die wollen immer, dass alles gleich bleibt. Die wollen sich nicht anpassen, das meine ich. Ja, ähm, und, also ich, die Idee ist gut. Ich bin gespannt, wie das jetzt in den nächsten Monaten jetzt laufen wird, in den nächsten Wochen. Äh, nur du sagtest auch gerade so, Ego der Leute. Du hattest das immer so am Rande erwähnt. Äh, könnte sein, dass wir da nochmal das ein oder andere Ego treffen, aber, eigentlich fuck it. Müsst ja vorkommen. Ich weiß nicht, wie viel Feuer man hier legen kann. Leg, leg, hab ich, ich, ich bring dir, ich bring dir das Feuerholz. Mir scheißegal. Die Leute babbeln immer, wenn man gegen die schießt, dass die sich da, dass die dann immer, die Leute machen hier immer große Ansagen, hast du nicht gesehen. ich hab immer meine Klappe gehalten. Bruder, die kriegen jetzt volle Packung Tarek. Egal. Erzähl, sag. Ja, ich hab ganz, ganz oft das Gefühl gehabt, bei vielen Fraktionen, ähm, da war der Gemeinschaftsgedanke nicht im Vordergrund. Natürlich. und als gutes Beispiel, als prominentes Beispiel, kann ich jetzt einfach, äh, da ehemalig Organisatia oder jetzt Vendetta nennen, aber ich nenne die jetzt als Beispiel, weil jetzt, wie sie jetzt aufgestellt sind oder wie Notch heute redet, ist es ganz anders, als wie er vor sechs Monaten geredet hat. In welchem Bezug? In welchem Bezug? Wenn ich heute mit Notch rede, hab ich das Gefühl, okay, das, was er sagt, das meinte für den Server. Als ich vor sechs Monaten mit ihm geredet habe, hatte ich immer das Gefühl, okay, alles, was er sagt, meint er nur für seine Fraktion. Und, hm? Diese Mentalität, die er vor sechs Monaten beispielsweise hatte, genau das sind diese Mentalitäten, die den Server dann, äh, schlussendlich zu diesem Vibe geführt haben. Dieses, was kann ich machen, um maximal profitieren, für meine Fraktion zu bekommen. Also, vom Prinzip her ist ja der Gedanke nicht schlecht. Das sollte ja das Ziel sein im RP, ähm, seine Fraktion, äh, ganz nach oben zu bringen. aber nicht, aber nicht zum Preis oder nicht zum Leidwesen des Servers. Ja, ja. Also, nur weil da eine Lücke ist und ich kann damit für mich Profit ziehen, ähm, ja, kann ich machen, muss ich aber nicht. Und, heute ist zum Beispiel Notch in einer Position, er sieht zum Beispiel eine Lücke und dann kommt er auf mich zu und sagt, ey, hier ist eine Lücke, äh, bitte fix das, bevor es jemand mitbekommt und, und nutzt das nicht aus. Und, äh, also würde ich sagen, er hat sich zum Beispiel ins Positive weiterentwickelt. 100 Prozent. Aber, kann ich auch sagen. 100 Prozent, aber, aber dieser Gedanke, der vor sechs Monaten bei Notch war, war bei vielen anderen auch. Mhm. Da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, so können wir machen, so können wir das dribbeln, so können wir dies dribbeln und, das macht Kopfschmerzen, weil, wir dann als Serverleitung, oder nicht nur als Serverleitung, als Team generell, haben wir das Gefühl, was ist denn das jetzt hier? Sollen wir die Regelbrecher jetzt ausfiltern und, äh, die, die Leute, die mit uns sind, sind mit uns oder ist der ganze Server gerade gegen uns? Wir hatten das Gefühl, der ganze Server ist gegen uns. Also die versuchen, gegen uns zu kämpfen, so wie, äh, Hacker und Anti-Cheat. Wir sind das Anti-Cheat und die finden immer wieder neue Lücken. Mhm. Und, diese Mentalität hat sich aber sehr lange, äh, überhaupt wie erstreckt und es ist teilweise immer noch so. Aber, einige haben sich auch in eine andere Seite verändert und das ist zum Beispiel Notch. Also das muss ich immer wieder positiv hervorheben. Ich, ich sag mal so, ähm, das hab ich ja auch im letzten Podcast, mit Kalito gesagt. Äh, die, die, die Leute haben nicht diese Mentalität, wie jetzt auf, also ihr habt, ihr redet immer von einer klaren Differenz zwischen Corleone und Hope. Wenn ihr, weil Corleone ist so das erfolgreiche Projekt, was ihr seit einem Jahr so erfolgreich durchzieht und das, äh, da hattet ihr nicht diese Probleme, die ihr jetzt zum Beispiel auf Hope habt. Ja? Und da wart ihr auch nicht abhängig von irgendwelchen Streamern oder sonstiges, sondern ihr habt euer Ding durchgezogen und das erfolgreich geht das weiter. Ähm, da hatte mir, ich weiß nicht, ob das im letzten Talk war mit Kalito oder ob das im Podcast mit euch beiden zusammen war. Wo ihr gesagt habt, dieses, wo wir über das Community-Gefühl geredet haben. Auf Corleone haben die Leute eher so eine Art Community-Gefühl miteinander und auf Hope-Wie hast du halt verschiedene Camps, die halt ihre eigenen Interessen vertreten. Ja, aber ich kann dir auch sagen, wieso. Warum? Ähm, als wir Hope-Wie aufgemacht haben, da hat ja so von der großen Öffentlichkeit, von dieser Bühne, haben ja Kalito und mich ja niemand gekannt. Ja. Wir waren, wir waren sehr bekannt in der 5M-Szene selber, weil wir eben Corleone hatten. Wir waren aber jetzt nicht bekannt bei den RP-Spielern und bei den, äh, bei den RP-Spielern eben. Also keiner von Bande damals, der damals gespielt hat, kennt uns. Ja. Also keiner von Saphir Live. Sondern wir waren in der Projektleiter-Szene bekannt bei den Developern, weil die haben gesehen, okay, die machen gute Arbeit, deren Server läuft, die haben, äh, eine Performance, die, die, die haben wir noch nie gesehen. Mhm. Da waren wir bekannt. Ja. Und, äh, das hat auch Sparta damals gewusst von Immortal und das ist so, durch die Welt gegangen und dann kam irgendwann dieser schicksalshafte Tag, wo wir, wo wir dann auch mit Abo und so geredet haben und, und die, die haben aber, warte, aber warte, vergess nicht, wer, wer, wer die, wer die Brücke dazwischen war. Naja, das sagen wir immer wieder, also ohne Kanon gäbe es ja kein Hubby, ne? Sagen wir, ohne Arben und Timmy. Sagen wir so. Ja, aber du warst ja auch mit involviert und, also, ja, weil ich, viele, die bei Kanon damals waren, waren da involviert. Ja. Ich weiß noch, wo ihr mit uns in einem Call wart und ich hab mir das voll mit Begeisterung angeguckt, diese Screenshots von diesen Projections. Boah, das sieht aus wie Dingens. Das sieht aus wie bei, wie heißt der Server nochmal? Wo die Leute voll viel Geld reinstecken. Grant. Das ist ja wie bei Grant designt und so, eigene Design, hab ich noch nie gesehen. Ich war völlig perplex so. Ich war völlig perplex. Und genau das ist es. Du bist eigentlich genau auf dem richtigen Weg, was ich gerade sagen will. Die RP-Spieler, also Abu, Breitenberg, Du und viele andere auch, die haben uns ja nicht als, ähm, als RP gesehen, sondern als Server und die sind die RP-Profis, die dann mit ihrem Wissen quasi den Server mit unserer Technik auf eine höhere Stufe bringen. So. Aber, Corleone ist nicht so gut, wie es ist, weil wir die beste Technik haben. Wenn wir, wenn ich jetzt Corleone nehme, die komplette Base, alles, alles eins zu eins nehme und das in die Hände von zwei anderen Projektleitern lege, die, äh, die RP-technisch einfach schwächer sind. Mhm. Die, die nicht wissen, wie Support funktioniert, sondern die sind einfach nur technische Leiter. Mhm. Oder wenn, CLS und Leon, also CLS und Leon sind, also die sind die besten Developer der Welt, aber wenn ich denen sage, macht einen RP-Server auf, die werden floppen. Okay. Die werden den besten Server haben, also da brauchen wir nicht reden. Die werden die besten Scripts haben, die beste Performance, aber wenn es dann ums RP geht, wenn es dann ums die Materie geht, ähm, werden die floppen. Und das ist das, was die Leute bei uns damals einfach nicht gesehen haben, ähm, dass Colleone nicht so ist, wie es jetzt ist, wegen der Technik, sondern weil da dahinter, äh, zwei Leute stecken, die auch extrem viel RP-Erfahrung haben. Mhm. Ähm, Kalito ist weniger, Kalito ist voll in der Technik drin. Ja. Äh, also er hat sich wirklich reingefuchst. Als wir angefangen haben, hatten wir beide keine Ahnung, aber er hat sich richtig reingefuchst. Er ist immer mit den Leuten im Call gewesen, ist immer mit den Developern gewesen, also voll, 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 voll Gast. Aber das ist, meine Welt war das gar nicht. Ja. Wenn ich schon diese Tabellen sehe und Lua und, äh, also ich kriege das Kotzen. Ich, ich, ich habe, ich habe sechs Monate gebraucht, bis ich eine Config richtig eingetragen habe und eine Config eintragen ist einfach nur Kopieren von irgendwelchen Koordinaten und Einfügen. Das habe ich nicht mehr geschafft, sechs Monate lang. Aber was, was meine Stärke war, ist dieses RP. Ich habe ein Auge dafür. Ähm, wenn einer jetzt schreit, ich will Army aufmachen, dann denken Leute, tausend, hundert, also hunderttausend gute Sachen, oh, Army und, oh, wir fahren dann damit, damit herum und damit herum und ich habe aber hunderttausend negative Gedanken. Ich auch. Äh, so, ja, aber was macht ihr den ganzen Tag? Und ihr könnt doch keine Ladenräuber anfahren und, äh, Bankraub macht auch keinen Sinn und was ist, wenn nichts los ist? Das sind die Sachen, die ich dann im Kopf habe. Mhm. Und, und, dieser negative Gedankenweg, den ich immer schon habe, wenn ich eine Idee höre, das hat sich über Colleone über ein Jahr und vier Monate schon gezogen. Wenn man heute jetzt die Colleones-Spieler nimmt und, äh, fragt, wer ist immer Anti gewesen, die werden immer sagen, ja, Whisky. Weil, äh, wenn man den Leuten zu viel gibt, äh, dann wissen sie nicht, wohin mit sich selber. Ich bin immer ein Fan davon, weniger ist mehr. Und, wenn das wenige funktioniert, äh, dann kommt man, äh, dann kann man mehr machen. Aber man kann nicht zum Beispiel, zum Beispiel, ich bin, warum ein PD nicht funktioniert, meiner Meinung nach, ist ja, du machst das PD auf, ja, und der PD-Chief hat seine 15 ersten Mann und er ist voll motiviert. Oh, Detective Unit und diese Unit und diese Unit und SWAT und dies und das. Aber die sind noch nicht Streife gefahren. Also, wie sollen die so viele Units und SWAT machen, wenn die nicht mal Streife fahren können? Natürlich ist ein PD dann schlecht. Ich muss, ich muss aber schmunzeln. Was hat es eigentlich damit auf sich mit diesem Hashtag Whisky ist schuld? Ja, weil am Anfang von, äh, Hobby war ich ja irgendwie an allem schuld, weil ich immer gegen alles war. Und dann habe ich gesagt, ah, wisst ihr was, okay, ich bin schuld, dann habe ich ein Emote gemacht, was, kann ich dir hier reinposten? Ja, okay, finde ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe ein Emote, Whisky ist schuld und seitdem ist es ein Running Gag. Ich höre, was über Kalito sagt, dass mir irgendwas gerade ein schleuer Whisky ist schuld. Ja, ja, genau so, von daher kommt dieses Running Gag. Ah, die Leute spammen das gerade schon, Whisky ist schon. Ey, ihr wurdest aber geil, ich schwöre es dir. Einer fragt gerade, wieso sind dann Abu, BB, Rohat am Projekt beteiligt und nicht Armin und Timmy? Ganz einfache Frage, Armin und Timmy haben sich von Anfang an gesagt, wir wollen einfach nur einen RP-Server haben, fertig, die haben den Kontakt gemacht, gut ist, die wollten nicht am Projekt großartig beteiligt werden. So. Ja, ähm, also, ich muss auch sagen, äh, wir haben auch nie vorher wirklich, das war wirklich alles sehr, 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 sehr spontan. Wann haben wir denn geredet? Ja, wir haben am 17.6. haben wir miteinander geredet. Ja. Ähm, am 18.6. Stand Hubby. Also, äh, ja, also, ja, die Sache ist, in der Zeit, wo wir auf Immortal waren, also es war so diese Zeit, bevor wir tatsächlich, also bevor wir aus Oktogramm rausgegangen sind in meiner Truppe, ähm, da hat schon Kalito sowas angeteasert. Da hat er gesagt, ey, ich bin am Überlegen, so ein Projekt aufzustellen. Ich, ich, ich weiß, also, ich weiß nicht, ob das nach, direkt noch in der Zeit war oder ob das kurz danach war. So, und dann tatsächlich kam es dann zu diesem Call, einen Tag später stand dann der Server schon, so, und dann haben wir so ein bisschen rumgedaddelt und getestet und dann sind alle schon gegangen, so. Oder war das so ungefähr? Ja. Ungefähr. Ungefähr. So, auf jeden Fall, wir hatten das schon so angeteasert und hatten das schon so im Hinterkopf und dann, als halt dieser Moment gekommen ist auf Immortal, wo dann, wo dann auch ein Abo gesagt hat, ich will nicht mehr auf diesem Server spielen und gesagt, okay, Abo so und so, hier, die und die, fertig. Dann hat es irgendwie geklappt und ist auch gut. So gut. also es war ja schon vorher die Rede, ja, und verlassen und dies und das. Dann habt ihr den Kontakt hergestellt und ja, auf jeden Fall, Hobby war ein 24-Stunden-Projekt. Ja. Da haben wir sehr schnell auf die Beine gestemmt und Boah, weißt du, was das für ein Gefühl das war, als ich hingekommen bin und da stand einfach über 120, 130 FPS links an der Seite. Weißt du, wie gut ich mich gefühlt habe in dem Moment? Ich weiß, okay, es war zu der Zeit, waren auch noch nicht so viele Leute auf dem Server, aber wenn ich immer draufgehe, diese 100 FPS, ich kann nicht mehr drauf verzichten, Bruder. Oder auf Immortal, wir haben geballert mit 50, 60 FPS manchmal. Ja, ich weiß. Aber, ich muss sagen, Immortal, guck mal, da bin ich auch ehrlich, diese Probleme, die auf Immortal wir hatten, wir haben die nur verlagert davor, Bruder. Jetzt habt ihr diese Probleme mit uns. Ja, also, das sagen einige, ich lese das auch sehr oft, aber ich finde, das ist gar nicht so. Ich finde, wir haben ganz normale RP-Probleme. Also, ja, ja. Also, auf Immortal war ja, nicht Immortal schlecht reden, das ist jetzt hier nicht unsere Devise, glaube ich, aber, nö, 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 nö. Was ich sagen will, ist einfach nur dieser, also der OOC-Gehalt am Ende von eurer Immortal-Zeit war jetzt definitiv schlimmer als der OOC-Gehalt hier. Ja, das war das größte Problem und das hat auch wirklich kritische Maße angenommen. Und auch, was Immortal schlecht reden hat, Immortal war eine schöne Zeit trotzdem, ich sag dir, wie es ist, also ich hatte trotzdem auch schöne Erinnerungen auf Immortal und, ähm, ich werde immer dem Sparta dankbar dafür sein, dass er mir damals, als ich noch ein kleiner Pups war in der Szene, äh, 500 Follower, dass er mir Streaming-Lizenz gegeben hat und ich deswegen dann ein bisschen Reichweite aufbauen konnte. So, das war, und das war einfach, weil er so gesagt hat, ey, scheint's cool zu sein, hier, nimm. So, und das war nicht selbstverständlich und ein, zwei Wochen danach haben sich die Leute um Streaming-Lizenz geschlagen. Ja, also, das, das muss man halt Immortal zugute halten. Ja. Sehr, sehr viele Leute durch Immortal jetzt da, wo sie sind. Richtig. Ein Abo gehört auch dazu. So. Ein Abo gehört auch dazu. Ein, ein Breitenberg hat unglaublichen Erfolg auch damit erreicht. Er war schon da, davor schon, ähm, sehr etabliert in der, in der RP-Szene zum Beispiel. GVMP war ja gut unterwegs. GVMP war er sehr gut und man kannte ihn, also bei seinen Namen, Breiten von Berg, den kannte man in der RP-Szene auf jeden Fall. Ähm, nur, er hat, er ist halt, dieses Kali-Ding und mit Abo, diese Kombination, hat ihm sehr, sehr gut getan. Ja, 100%. Und dem ist er sehr, sehr gut getan. Rohat, Rohat, von jetzt auf gleich, von jetzt auf gleich, er ist eine Ikone geworden in der Influences. Also, was heißt Ikone? Ikone ist ein bisschen weit hergeholt. Er hat sich etabliert, er hat sich etabliert, Bruder. Guck mal, er ist jetzt, er ist jetzt einer von denen und das mit 18, 19 Jahren. So. Also, es gibt viele, viele Leute da draußen, die, die noch die nächsten Superstars sein werden in den nächsten Jahrzehnten. Ja, diese Geschichte von wegen, äh, so, also das, was wir damals in unserer Jugend gesehen haben, wie so Thomas Gottschalk und Stefan Raab und solche Sachen, die jetzt als Legenden aus der TV-Branche rausgegangen sind, das wird in den nächsten 20 Jahren, werden das solche Streamer und YouTuber sein. Ja, aber nicht mehr aus der GTA-Szene, wie ich glaube. Ich glaube, Immortal hat dieses Sprungbrett gegeben und ich glaube, das war's. Ja. Dieses Sprungbrett, wie Immortal damals gegeben hat, wird es so nicht mehr geben. Aber, aber ich finde auch, vor allem du und ich als RP-Spieler, weil ich glaube, als du damals Fight Him untergeladen hast, hast du dir nicht gedacht, okay, ich will jetzt berühmt werden. Ich auch nicht. Das sollte ja auch gar nicht so unser Ziel sein. Unser Ziel sollte eigentlich sein, mit einem RP-Server RP zu machen. und das ist dann vielleicht auch die Sache, wo ich oft mit einigen Streamern in Konflikt komme, weil ich sehe den Content-Gedanken dahinter nicht, beziehungsweise sehr selten. Ich denke mir, okay, ich bin ein User und ich will RP machen, was muss ich jetzt als Projektleiter machen, dass dieser User RP machen kann? Ja, gut, du bist in einer anderen Position. Du bist in einer komplett anderen Position und ich glaube, Twitch und sowas ist jetzt nicht dein primäres Ding, worauf du dich konzentrierst. Du streamst ja auch im Endeffekt auch zum Spaß, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Gut, der Chat bringt mich jetzt gleich rum, wenn ich da jetzt gerade reingucke. Ja, Chat, ein Montana Black war der überwiegende Faktor, warum am Ende des Tages die Leute, von denen wir gerade geredet haben, auch so erfolgreich sind heute. Und das ist auch ein Phänomen, dieser Monte-Effekt. Ich habe den selber ein bisschen abbekommen, damals als ich in Oktrogram war, wo Oktrogram gegründet wurde. Ja. Ich kann mich noch an den Tag erinnern. Ich bin befördert worden vom Monte, ich bin mittags on gegangen, irgendeine Sache ist passiert, ich habe irgendwie aufgepasst und habe einen erwischt, der uns irgendwie beobachtet hat, keine Ahnung. Ich kannte Chito und ich kannte auch Mahmoud schon vorher, so, beziehungsweise so ein bisschen aus der Szene und die haben mich auch immer gut geredet bei ihm. Der hat mich einmal befördert, der hat mir zwei Rank-Ups gegeben, ja, dann hat irgendwie vor 20.000, 30.000 Leuten, am nächsten Tag, ich mache Stream an, Bruder, ich hatte davor 100 Zuschauer, maximal. Am nächsten Tag, ich mache Stream an, ich habe 1.000 bis 2.000 Zuschauer. Ja, nee, der hat auf mich gespuckt, so, ein bisschen Tropfen ist auf mich draufgekommen, ich bin Fame geworden, so kurz. Das ist das Monte-Effekt, der spuckt auf dich, du bist Fame, so. Und bei einem Rohat und bei einem Abu, der hat die gehostet, der chillt mit denen, der eine lebt jetzt in Buxtude mit denen, der andere hat so ikonische Momente mit ihm gehabt, so, das sind Freunde geworden und die haben sich dann etabliert durch ihn. Ja. So, und das ist auch nicht verwerflich, das soll auch gar nicht abwertend klingen oder so, aber das ist halt der Fakt. Und das ist halt dieses Phänomen, was manche Leute in dieser Branche zustande bringen können. Ja, 100%. Überleg mal, ein Rohat hat danach Submarathon gemacht, Bruder, ich will nicht wissen, wie viel Geld dieser Typ im letzten Quartal von 2021 verdient hat. Weißt du, er ist 18 Jahre alt, 18 Jahre alt. Oder wie alt ist er, 18? 19? Nee, 20 jetzt. 20? Da war ein Jungbruder, weißt du, was ich mit 20 gemacht habe? Mit 20 habe ich in der Pizzeria gearbeitet. 20 war ich in einer Kaserne. Echt? Ja, damals noch. Damals war der, hier, Dings, OOC-Schütze. Ja, sozusagen, OOC-Gambo-Pedila. Krass, Digga, das ist halt wirklich, und ihr müsst mal, das ist halt wirklich, ich bin bis heute, ich finde diese Stories krass, ich finde das cool. So, ist jetzt nicht so, dass ich da neidisch bin, ich finde das mega cool so. Aber, aber diese Stories vergiften den gewöhnlichen RP-Spieler, heute. Weil, weil er darauf aus ist, ein bisschen auch diese Dinge abzubekommen. weil entweder, du kommst auf den Server und hoffst auch auf diese, diesen Monte-Effekt, den es einfach nicht gibt. Also, weil Monte nicht da ist. Und, ähm, oder, die Leute, ich hab das Gefühl, die Leute schauen lieber zu, als selber zu spielen. Und, wenn sie dann selber spielen, dann spielen die nur, wenn die gesehen werden. Mhm. streamst du, macht er mit. Weil er hat eine Plattform. Er kann nebenbei den Chat gucken und dann scheinen die Leute, keine Ahnung, haha, John Carsten ist so lustig. Beispiel. Jetzt nicht. Ja, ja. Ähm, naja, ein bisschen. Ähm, und, äh, so spielen halt die Leute dann RP. Und dann, äh, sehen die, okay, du streamst nicht, dann machen die das RP nicht. Mhm. Aber das bockt nicht, weil, wie ich rede, nicht von einer Streamersicht und, du warst ja, bevor du gestreamt, hast ja auch RP-Spieler. Mhm. Und wenn wir jetzt als RP-Spieler reden, das bockt nicht. So, okay, jetzt, ich stream jetzt nicht, das heißt, er muss jetzt keine RP machen, oder was? Ich mach diesen, 5M mach ich an, um RP zu spielen und nicht damit du deine Plattform bekommst. Also jetzt nicht du, sondern die Person, die jetzt vor mir steht im RP. Ja, absolut, absolut. Aber guck mal, Bruder, das ist, wir haben uns leider in diese Richtung entwickelt, dass dadurch, dass RP so kommerziell geworden ist, also du kannst bei 90, 80, 90 Prozent ungefähr davon ausgehen, dass sie mit der Absicht auf diesen Server kommen, vor allem, wenn sie sich danach einen Account erstellen auf Twitch, ja, ähm, dann mit der Absicht dahin gehen, ein bisschen irgendwie Fame zu werden oder Geld zu verdienen, ja. Äh, es gibt wenig Leute, die wirklich den Hintergedanken vertreten oder, ähm, extrem Bock da drauf haben, krasses RP zu liefern, einfach Spaß an RP zu haben. Ich will niemanden, ich möchte niemanden jetzt irgendwie in die, in die Schüssel pissen, ja, und sie eben sagen, der und der ist jetzt so ein Fall oder der und der ist jetzt so ein Fall. Aber, ich, viele Leute da draußen, jetzt gerade auch die Zuschauer und auch die Zuhörer, die können 100 Prozent nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast, ja. Was ist mit den Leuten, die nicht streamen? Die bekommen keine Bühne, die werden nicht ernst genommen, das ist das Problem. Ja, nein, aber einer streamt nicht und die gehen trotzdem zu den Leuten, die streamen, damit ihm rechts im Chat steht, ah, der ist so cool, obwohl der nicht mal streamt. Immer unangenehm, oder? Also, also, für was machst du das? Ja. Hast du das schon oft beobachtet? Echt? 100.000 Mal? 100.000 Mal? manchmal, ich teste ja die Leute, also, das ist so ein Tick von mir, dass es vielleicht, weil ich mal Polizist war, ich sehe jemanden in einem Stream, in einem größeren Streamer, ja, und ich gucke, wie er RP macht. Mhm. Und, voll, voll ist er drin und voll am Machen und voll am Tun. Mhm. Und, dann ist die Situation fertig im Stream und ich gucke dann über Admin-Menü, wo der gerade ist. Dann tauche ich einfach so auf und versuche mit ihm RP zu machen. Tot. Ja, er ist diese Rolle nicht mehr. Nein, mir, aha. Aha. Das heißt, wenn dir so und so viele Augen zuschauen, dann machst du RP, aber wenn irgendein Random kommt, bist du auf einmal abgefuckt, oder was? Ah. Das ist locker schon fünf, sechs, sieben Mal passiert. Ja, guck mal, das Ding ist, einer schreibt das jetzt gerade, wisst ihr, es können leider nicht alles dieses RP, da müsste man die Einreise viel strenger machen und auf RP prüfen. Ja, aber das ist ein gutes Thema. Ja, das ist eigentlich nicht das Thema. Die Sache ist, die Sache ist, solche Fälle wirst du immer wieder haben. Das werden sehr, sehr viele Leute auf dem Server kommen noch, die genau so reagieren werden, die genau so sind, die im Grunde genommen nur dieses RP bieten bei der großen Bühne. Ja, und das sind, das ist Gift. Das sind diese Leute, die Gift sind. Ja, aber wie soll man sowas in Zukunft handhaben? Ja, das ist eine Sache, die können wir selber nicht handhaben, weil das sind dann die Leute, mit denen du die Filme nicht drehen kannst, weil, Beispiel, ich habe Juri von Oktogramm entführt, IC, und dann habe ich Sergen angerufen und habe meine Filme geschoben, dann habe ich gesagt, ey, ich habe ihn entführt und bla 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 und er ist so mit allen Mannen, die da waren, ist er gekommen, aber diese Männer hat er, den einen hat er Taucherausrüstung kaufen geschickt, den einen hat er das machen lassen, den anderen hat er das machen lassen. Das heißt, die ganzen Jungs, die dabei waren, die waren nicht ganz Zeit bei Sergen, aber die haben den Film gefühlt, weil der eine hat nur für sich selber die Taucherflasche gekauft, er hat für sich selber, war er unter Wasser und er hat für sich selber in dem Moment diesen Film gefühlt. Und dadurch, dass alle in diesem Film-Bubble waren, konnte man eine richtig gute Situation ausspielen, weil nicht jeder zu Sergen wollte und vor Sergen-Stream zeigen wollte, guck mal wie lustig und guck mal wie cool ich bin. Sondern Sergen hat sein Ding als Zwölfer gemacht und der Rest hat sein Ding als Fraktionsmitglieder getan. Und so ist ein kompaktes Gesamtbild entstanden. Und das ist das, was fehlt. Wenn du als Projektleitung die Option hättest, wobei die Option hast du gegebenenfalls, was würdest du denn, was würdest du ändern am Server aktuell? Gerade wenn es um RP geht. Was würdest du als Projektleitung machen, damit das vielleicht öfters passiert? Dass diese Filme entstehen. Also, warte, was würde ich jetzt Stand jetzt ändern? Ja. Ich meine, du hattest jetzt gerade ein Beispiel genannt, du hast RP geboten. Du hast ihn entführt, dadurch hast du irgendwie RP geboten. Meinst du, das wäre langfristig auch eine Lösung, dass man als Projektleitung einfach auch ein bisschen so diesen Aufschlag macht in Richtung der Fraktion und den Einzelnen mal so individuell mal Woche für Woche mal was anderes bietet? Dass sie dann irgendwann auf die Idee kommen, hey, wir bieten das mal der Projektleitung zurück oder dem Server? Nein, das glaube ich ist, das glaube ich ist nicht der Weg. Ich glaube, aber wir als Server sind einfach, wir sind einfach in der Verantwortung, den Leuten Content zu geben, mit dem, die arbeiten können. Und es ist Fakt, dass ich als Server mich nicht beschweren darf, dass die Leute nichts machen, wenn die Leute alles haben. Weil am Ende des Tages ist es GTA und in GTA ging es immer schon, auch in der Kampagne und generell in GTA, dass man reich wird, dass man alles hat und irgendwann ist einem langweilig, dann holt man sich von spielen.de oder wie die Seiten heißen, seine Cheatcodes und dann springt man durch die Luft, lässt Sachen explodieren und dann ist GTA irgendwann vorbei für die nächsten paar Monate und dann fängt man wieder an. Und in dieser Phase war Hope V, wo jeder alles hatte und das war ja zum also ich will nicht sagen, dass es unsere Schuld war, aber am Ende des Tages müssen wir als Server uns auf die eigene Nase fassen und wir haben es jetzt besser gemacht und ich glaube durch dieses neue Drogensystem in Anführungszeichen, dass diese Filme von alleine entstehen, sofern wir potenzielles Gambo-Verhalten in den kommenden Drogenkriegen unterbinden von ganz alleine entstehen. Also man kann jetzt nichts auf Hope V gezielt ändern, sondern man muss warten, bis was passiert und das direkt unterbinden. Weißt du, wie ich das meine? Das heißt, wenn jetzt Beispiel, ich nehme jetzt euch einfach als Negativbeispiel, weil du gerade da bist, OGs hat jetzt eine Route und ihr geht da hin und sagt, das ist jetzt unsere Route, wenn ihr da hinkommt, ballern wir euch weg. Wenn das so trocken ist und so billig, dann müssten wir jetzt dazwischen gehen und sagen, ey, so fordert man keine Route. Ja. Weißt du, so dieses penetrante von oben, dass sich dann die Leute schon mal dran gewöhnen, wie man es eigentlich richtig machen sollte. Dann gibt es natürlich wieder die bösen Stimmen, ja, aber es wird der P vorgegeben. Ja. Guck mal, das ist doch okay, wenn der Server der P vorgibt. So, ich finde auch immer, es gab auch immer diese lächerliche Diskussion oder dass Leute abgeschritten haben, dass es Softcore, Midcore und Hardcore gibt. Ja. Es gibt Softcore, Midcore und Hardcore und das Regelwerk, das Regelwerk führt nicht entweder Richtung Softcore mit Core oder Hardcore. Nicht jedes Regelwerk ist gleich, auf 5M vielleicht gefühlt, aber selbst auf 5M gibt es Unterschiede. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Alt-V-Server dir anguckst, ja, diverse Alt-V-Server, wo es wirklich, wo wirklich Hardcore-RP gespielt wird, ja, da ist wirklich, da musst du an, da musst du an viele penetrante Scheiße musst du darauf achten. Ja, die Prozesse auch dahinter. Wie zum Beispiel im... Was macht das Spaß? Hardcore? Ich hab's mal drei, vier Monate gespielt auf Alt-V, äh, das war mir zu viel des Guten, Bruder. Das war mir zu viel und die Leute waren da dickste gefangen im RP. Also, haben die was IC verloren, Bruder? Die haben OOC geweint. Also, ich bin, äh, Fan von gutem Midcore, wenn man das kategorisieren will. Aber ich bin der Meinung, äh, dass Softcore, Hardcore, Midcore sich nicht über einen ganzen Server streckt, sondern RP-situationsbedingt. Die Spieler müssen abschätzen, wann ist Softcore, wann ist Midcore. Und wenn man ein, äh, eine Crime-Situation beispielsweise hat, wo es ist jetzt dunkel und alle sind mafiosihaft oder kartellhaft angezogen und es wird eine Übergabe stattgefunden, äh, dann muss dann der Spieler wissen, okay, das ist jetzt diese Situation und dieser Situation passe ich mich an. Wenn diese Situation vorbei ist und man hat ja eine Spannung und du kennst ja diese geladenen Situationen, da ist man ja wirklich gespannt und irgendwann ist man auch erleichtert und froh, dass es vorbei ist. Und wenn man nach dieser Situation dann am Würfelpark geht und ein bisschen Softcore-RP macht, dann wird ja einem niemand böse sein, weil genau dann ist ja Platz für diese Software. Ich verstehe das und ich finde auch den Ansatz dahinter, also der Gedanke dahinter ist gut, nur wo ich von keinem Fan bin, ist einfach, weil es einfach die Erfahrung bestätigt hat, also ich rede jetzt aus eigener Erfahrung, wenn du den Spielern die Verantwortung für so etwas gibst, in 90% der Fälle enttäuschen sie dich. Ja. Weil die gehen nicht mit dem gleichen Mindset wie du da rein. Die gehen nicht mit der gleichen Idee da rein, die gehen nicht mit der gleichen Absicht ein, die denken in erster Linie an sich und die handeln immer nach Lust und Laune. So, es ist auch genau, also auch ein Regelwerk muss schon irgendwo was Schrecktes vorgeben. Ja, entweder man sagt komplett so und so oder gar nicht. So, weil ich habe immer gemerkt, wenn du dich auf die Spieler verlässt, Bruder, die kacken auf dich nach Wochen. Du gibst denen alles die kacken auf dich. Ja, 100%, aber ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ja. Weil im Support ist ja nicht jede Situation immer dieselbe. Mhm. Erinnert dich jetzt mal zurück an diese Übergabe OGs Kanon, wo ihr in diesem Hangar wart und die Übergabe der Waffen getätigt habt. Ja. So, total ernste Situation. Mhm. Und plötzlich fängt einer einfach ein Fortnite-Tanz anzumachen oder einen Tanz oder trollt da rum. Ja. Dann sind wir aber uns einer Meinung, dass er in der Situation einfach gebannt gehört wegen Trolling oder Fail-RP oder was auch immer. Ja, ja, also es ist schon, da kann er mit Konsequenzen richten, aber es ist Fail. Ja, und jetzt ist er aber am Würfelpark und die reden miteinander über irgendwas und dann fängt er auf einmal an zu tanzen. Würdest du ihn am Würfelpark dann auch bannen wegen Trolling? Nein. Siehst du, das ist dieses von Situation zu Situation verschieden. Touché. Okay. 1-0 für dich. Verstehe ich das? Da hast du recht. Nur, wie gesagt, es ist halt die Erfahrung so, weil wenn wir das jetzt auf alles übertragen, du weißt, dass wir da auf verschiedene Ergebnisse kommen. Ja, 100%. Deswegen, ich sage immer, jede Situation ist individuell und eigentlich, wenn wir es komplett richtig haben wollen, muss sich halt jeder Spieler für sich selber zu jeder Situation anpassen. Und das ist halt das, was dann wieder kollidiert mit dem, was du gesagt hast, wo ich dir aber auch zu 100% recht gebe, wenn man den Leuten zu viel in die Hand gibt, wird reingeschissen. Und das stimmt. Und deswegen ist es einfach unglaublich schwierig. Und auch die guten RP-Spieler, auch die guten RP-Spieler scheißen rein. Ja, natürlich. Weil ich habe auch so Situationen gesehen, wo ich mir gedacht habe, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und ich weiß es nicht. Fängt schon an mit dieses, wenn ich ausblute als Zwölfer, dass das keine RP-Flucht ist. Natürlich ist das RP-Flucht. Hast du anderes Blut als andere anderen oder was? Ja, oder wo ich zum Beispiel extrem kollidiere mit Abu. Weil Abu ist ja ein, also da brauchen wir nicht viel reden, Abu ist ein unglaublich guter RP-Spieler. Ja. Abu und ich haben ein komplett verschiedenes RP-Verständnis. Komplett. Er sagt immer, wir hatten jetzt noch nie wirklich eine private Diskussion deswegen, aber wir wissen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Er sagt ja immer Zwölfer Ehre. Ja. und ich bin auch der Meinung, dass es eine Zwölfer Ehre gibt, aber bei er spielt das so aus, dass er trotzdem frech ist und trotzdem die Leute beleidigt und trotzdem er ist der Größte, weißt du? Das ist bei ihm die Zwölfer Ehre. Bei mir ist die Zwölfer Ehre aber, wenn du dann an der Wand stehst, bist du demütig und reumütig und versuchst, so wenig Scheiße zu bauen, dass deine Familienmitglieder, die da noch sind, nicht auseinandergenommen werden und nicht sterben müssen. Aber ab dem Moment, wo was Demütigendes kommt, wie Bell oder Strip hier oder gehen Unicorn tanzen, ab dem Moment kommt dann diese Zwölfer Ehre, wo man sagt, nein, mach ich nicht, wir sehen uns in der Hölle und dass man dann quasi den Tod Weg nimmt. Aber bis es nicht zu dieser Situation kommt, dass man extrem gedemütigt wird, sollte man nicht es darauf ankommen lassen. Also man sollte dann nicht provozieren und es darauf ankommen lassen, dass man getötet wird oder ein Teil seiner Familie getötet wird. Einer schreibt, dass überhaupt an die Wand stellt, ist so was von 2018? Bruder, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Modetrends gibt oder Allgemeintrends im RP, Bruder. Ich weiß nicht, was du da laberst von 2018. Bei allem Respekt, RP ist RP, Bruder, du wirst immer irgendwie an der Wand stehen oder irgendwo aufgestellt. Was sollen wir denn machen? Sollen wir euch da rumverteilen oder was? Weißt du, das Ding ist, das wird ausbluten lassen. Ich weiß schon, was er meint. Er meint dieses, wenn du reden willst, rede. Und wenn du schießen willst, schieß. Aber nicht schieß und dann rede. Ja, aber Lut schmeckt, Bruder. Ich bin ja eigentlich ein Fan von dem System, dass alle, die einen Crime-Job haben, Leute am Boden abziehen können. Boah, Azad hat das gerade auch in den Chat geschrieben. Safir Mechanic ab Boden kontrollieren können. Das war damals auch wirklich, das hat sehr, sehr viel Toxicity aus dem Ding ins RP ausgenommen. So, die Leute haben sich dann wirklich auf das RP im Endeffekt konzentriert, weil es gab dann nicht mehr dieses, man wurde umgescheppert und da wurde man noch großartig getrash-talked oder an bloßgeschält oder sonstiges, sondern wurde alles beleidigt, ne, auch auf Safir Live. Normal, Bruder, so, was soll ich dir sagen, Bruder, leg dich hin. Also Toxic war damals auch schon krass. Ja, vor allen Dingen so zum Ende hin war es sehr lustig. Ja. Hast du das beobachtet, Bande unserer vier Zeiten? Ja, natürlich, also das war schon, es war schon heftig. Also es waren natürlich coole Filme so, irgendwie, IC hat sich das niemand anmerken lassen, aber ab dem Moment, wenn geschossen wurde, da ging es ab. Ja, das war schon, da war auch dieses leg dich hin und so voll das Ding. Aber was ich lustig fand, ich habe mir, also ich schaue mir immer wieder wie so ein sentimentaler alter Sack, schaue ich mir immer Videos von früher an. Da schaue ich mir immer die Platzzeiten von Mert an, wo er Platz gemacht hat. Und ich gucke mir diese Videos an und ich habe das früher nicht auf Twitch verfolgt, weil Twitch war für mich damals, also ich war nicht in dieser Internetwelt, Twitch war irgendwie, wer guckt sich da die ganze Zeit einen Livestream an, da kann man nicht mal skippen und da sind nicht mal die interessantesten Themen, weil so habe ich gedacht. Und dann habe ich mir immer die Videos jeden Sonntag oder jeden Freitag, ich weiß nicht, wann er die gepostet von Mert immer angeschaut. Und da waren aber immer wieder riesen Lücken, weil er hat nicht immer alles hochgeladen, sondern immer nur sowas, was er am interessantesten fand. Und jedes Video von ihm, was er damals hochgeladen hat, geht bis zur Schießerei. Das heißt, reden, 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 Schießerei fängt an, es kommt auf einem Blackscreen, dann hört man Schussgeräusche und das Video ist aus. Heute werden die Szenen über Sprungo geredet wird und es wird nur das Schießen gezeigt. Ja, Bruder, also ich sage dir, wie es ist, Bruder, die Parteien, die gerade so in der RP-Szene am bekanntesten sind, wir sind alle daran schuld. Wir sind alle daran schuld, dass das so ein Trend geworden ist. Ich weiß nicht, über diese, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich mal, da war ich noch bei OGs, da habe ich gesagt, ich würde das voll feiern, wenn irgendjemand so Gambo-Highlight-Videos machen würde von uns, wenn ihr die Clips holt, die von uns, wir schicken euch die und so und dann kam ein Quick-Show, Bruder, dann kam der, dann kam der, Bruder und das ist voll das Ding geworden, Bruder. Also es war ja vorher schon ein großes Ding, aber durch die Reichweite, die ihr dann hattet, ist es halt noch größer geworden. Ja, und wir haben auch sehr viele Leute damit begeistert. Ja, 100 Prozent. Also gerade auch die jungen Zuschauer haben wir sehr damit begeistert. Ja, ein Jiggy ist jetzt da, wo er ist, weil er eben das kann, was er kann. Ja, das stimmt. Das ist halt, das ist halt heftig, was das alles auswirkt. Aber es ist, die Begeisterung ist ja da und wie gesagt, oder beziehungsweise wie ich oft sage, ich bin Fan davon, dass geschossen wird. Weil die Leute verstehen mich immer falsch. Die denken immer, ah, wenn es nach Whisky geht, tut man die Waffen einfach komplett raus aus dem Spiel. Nein, das stimmt nicht. Die Art und Weise und der Weg bis zur Schießerei und nach der Schießerei, das ist für mich wichtig. Was wird gemacht, dass es zur Schießerei kommt und was wird nach der Schießerei gemacht? Wenn das passt, dann ist die Schießerei doch geil. Wenn es einen Sinn, einen Zweck hatte und einen coolen Aufbau. Das ist quasi der Hauptteil der Schießerei. Ja, absolut. Also, das war damals, so habe ich immer in Kampo in Erinnerung gehabt, dass das immer ein Highlight war. Das war nicht jeden Tag. Das war aber ein Highlight, so, wenn es gemacht wurde und es gab halt einen Aufbau und da gab es auch nicht dieses, da hast du auch nicht zu, in den meisten Fällen hast du nicht befürchtet, dass wenn du zum Reden gekommen bist, direkt umgeknallt wurdest, sondern, sondern hör zu, es wurde sich gestritten, es wurde eine Diskussion geführt, dies, das und wenn es dann eskaliert ist, verlass jetzt mein Anwesen, wenn du diese Route holen willst, dann komm auf meine Route wie ein Mann. Dann hat man auf der Route gefeitet, nur auf der Route gefeitet. So, es gab nicht dieses Base Raid. Base Raids gab es nur, wenn irgendwelche familiären Konflikte gab, so Feindschaften oder sonstiges, ja, ähm, die dann irgendwann eskaliert sind und dann gesagt, alles klar, wir, wir, wir machen jetzt einen Anschlag auf deren Anwesen oder irgendwie sowas. So, das, das war halt, das, deswegen hat man Base Raids gemacht, aber nicht, weil man in einem Krieg war und die brechen wollte. Das ist, also dieses Brechen ist sowieso eine ganz komische Sache, aber nur noch mal kurz zu dieser Sache, die du angesprochen hast mit den Routen. Ja. Ich erinnere mich an die Situation, wie ihr zu Kafkas gegangen seid, aber ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Azrael war auf jeden Fall dabei und Arben. Und Arben und Azrael sind da drin in diesem Kafkas Hafen anwesen und die sagen zu ihnen, ja, wir wollen die Route so und so. Mhm. Kanun geht und werden einfach hinterrücks abgeknallt, während sie gehen. Ich sag dir auch, was danach das Kommando war. Jungs, Halas, die machen so, ihr geht in Bruch, ihr macht diesen Schalter Bruch an und dann waren wir auch ekelhaft. Ja, aber ich verstehe das dann, dass sich da der Wut aufstaut, weil man denkt sich, okay, wir gehen den RP-Weg und wir reden und wir dürfen dann gehen, weil es die gute Sitte einfach so hergibt und dann geht man raus und man wird dann umgeknallt. Warum? Weil es einmal um diesen einen Punkt geht oder um diesen Sieg. Ja. Echt. Ich hab mal mit einem vom Supportman darüber geredet, wenn es um diese Dominanzregel geht. Da war der und ich uns sehr, sehr einig. Dominanzregel ist das Dümmste, was man auf dem Server hätte machen können. Und das ist das, was ich meine, Whisky. Du gibst den Leuten etwas in die Hand, wofür sie die Verantwortung haben und die scheißen da rein. Und diese Dominanzregel ist genau das Ding, wo die reinscheißen. Bruder, ja, ne, Gambo ist cool, macht Spaß. Ich bin auch, ich mag das. Mir macht das Spaß. So. Ja, ne, aber mir macht auch RP Spaß und mir macht auch Spaß, wenn das alles irgendwo einen Sinn ergibt. Aber wenn du die ganze Zeit nur ballerst, alle 20 Minuten irgendwo reingehen kannst, Bruder, du kriegst Kopfschmerzen. Wir haben zwar, wir haben zwar Calified gewonnen, Bruder, aber Bruder, ich wollte danach einen Monat, ich wollte Ding ins gelben Schein für GTA machen. Ich meine das ernst, Bruder, ich hatte keinen Kopf mehr danach. Bruder, Arben, ich, auch meine Jungs, die immer Gambo begeistert waren, die waren Matsche im Kopf danach. Die waren alle Matsche im Kopf. Ja, ja, vor allem, die Hälfte war Matsche im Kopf, die andere Hälfte wollte weiterschießen, so nach dem Motto, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man sich die Kämpfe angeschaut hat, da habe ich mich oft gefragt, was hat das eigentlich noch mit dem RP zu tun, was wir eigentlich machen wollen? Teilweise haben sie einfach die Waffen eingelagert, haben die Hände hochgemacht. Ja. SNS rausgeholt. SNS rausgeholt. Also es war echt anstrengend, sich das anzugucken und man guckt sich das an und man sieht, das ist halt alles voll OOC. Ja. Weil es geht dir um diesen OOC-Sieg. Weil wenn es dir um RP geht, dann gehst du nicht, nachdem du auf getötet wurdest, direkt rein. Oder wenn es dir um RP geht, dann gehst du nicht, nachdem du die eh schon gelegt hast, nach 10 Minuten wieder rein. also, ja, wofür? Was? Ja, und das ist aber die Dominanzregel und aktuell die Regeln und ich weiß nicht, ob es aktuell ist, ist ja mit Kriegsvertrag, aber Dominanzregel hat das zugelassen und das war wichtig. Und das war wichtig dafür. Deswegen haben wir nichts gemacht. Ja, und jetzt haben wir die Kriegsverträge, zwei Kämpfe und fertig. Gutes. Gutes.